Fast zu wieg. Ich bin gleich zu wieg. Das hat gezwiebelt. Okay, alle Gegenstände gesammelt, sehr schön. Mal gucken, also rechts, links, links, geradeaus. Immer schön am Rand laufen, dann kriegen wir keine Kämpfe. Aktivieren kombat. Out of the way! Good work, both of you. Where is Angeal? He's gone missing. I'll explain later. Things will escalate. Be prepared. Auf der Stufe 3. Stufe 3. Immer noch nicht tot. Vielleicht nicht. Stufe 2. Sehr schön. Und den Schlüsselanhänger. Ich kann jetzt drei Accessoires tragen. Zeit. Und die Frage, was packe ich da rein, wa? Oh ja. Schutz vorbenommen. Hm. Feuerringen. Polarreif. Dämonenbannen. Schutz vor Fluch. Ärmelsstiefel ist ein bisschen ungeschlecht mit Stoppschutz. Ich glaube, ich mache hier... Feuer. Wollen wir jetzt mal gleich das nächste Ding, weil der wird... Ach nee, der ist bei 4 oder 5, ne? Ja komm, wir probieren es zumindest. Operation Makro Reaktor 1. Ah ja, okay, dann war das Makro Reaktor 3, ne? Auf der Baustelle eines Makro Reaktors sind insektenartige Monster aufgetaucht, die die Arbeiten zum Stillstand gebracht haben. Begib dich in die Sperrzone, beseitige den Monsterschwarm und sammle die Ausrüstung ein. 1, 4... 4 Schätze und einen Donner Ralf kriegen wir. Mal am Anfang umgucken. Ja, nicht die Käfer. Okay, 2020! Konflikt resolved! Oh yeah! Got him. Akta Bank! Akta Bank! Konflikt resolved! ich denke so die aufbau gehen wir jetzt mal hinter uns oder was wenn jeder von das aber gekommen gehen wir da lang das ist die betreuerung muss ja nichts liegen oder? kai wie billig Quadrasslot Ich kann das Spiel nämlich mitmachen. Warte, warte, warte. Ich kann das Spiel mitmachen. Oh, recht viele hier, wa? Ein sehr hohes Monsteraufkommen hier. So, weiter geradeaus. Aber nur die Kiefer, oder? Her mode zu Hause, Mensch. Die Kiefer, oder? Komplett Resolve. Got'em! Activating Combat Mode. Bring it on! Ha! Ha! Ja! Easy. Oh, ich krieg da noch was. Der liebt ja noch was. Der Donnerreif! Operation Marko Reaktor 2. Noch hat sich die Situation auf der Marko Reaktor Baustelle nicht beruhigt. Im Gegenteil, der Ort scheint immer neue Monster Spezies anzulocken. Allein Soldat kann in dieser Lage Herr werden. Begib dich in das Speergebiet, um die Monster auszuschalten und die Ausrüstung vor Ort an dich zu nehmen. Wieder vier Kisten und ein Drachenarmband. Bin ich einmal gespannt. Die für Gegner kommen. Also vier Kisten. Gucken wir erstmal. Hinter uns ist... Was bist du denn? Todeskleid. Ich habe mich auf dem falschen Fuß erwischt. Wir machen das nochmal. Activate in Combat Mode. So. So nimmt er. Magiestein. Acht Stück. Und FP-Stein. Acht Stück. Und FP-Stein. Seel-Stein. Acht Stück. Ja, weil ich muss ja trotzdem den Boss schaffen, ne? Wenn ich den Boss nicht schaffe, dann... Fände ich die Sachen ja sowieso nicht weiß. Glücksterne. Du kannst das jetzt machen. Ja, ich bin auf Feuer jetzt. Ja. Ich bin auf Feuer jetzt. Ja. Wunder. Ja. 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 You're so zu hiking. What the fuck? Achtung. Den Blitzraer, den lasse ich erstmal, wenn ich nach der Mission raus. Ja, was wixen? Wow, das ist nicht gut. All's well that ends well, Slick. Okay, it's done. That's Turk's teamwork. Pretty good, right? Okay. Du kannst es tun, Zack. Ja, ich bin jetzt auf Feuer. Oh ja! 4.000 TP habe ich. Holy Moony. MP-Stein. Okay. Hallo, wegspringen. Der Sprung war seine Schwäche, irgendetwas. Der Rachenarmband. So, dann kriegen wir jetzt als nächstes den Rucksack. Operation Makro Reaktor 3. Die Unruhen auf der Reaktor Baustelle haben sich beinahe vollständig gelegt. Nur noch ein Abschnitt des Baugebiets ist gesperrt. Sobald auch dieser von den Monstern befreit ist, können die Arbeiten fortgesetzt werden. Begib dich daher so schnell wie möglich ins Sperrgebiet. Ich hätte schon gerne den Rucksack. Mal gucken, ob ich den krieg. Oder ob der Gegner zu schwer ist. 3.000 SP, krass. Ich hätte eigentlich irgendwann aufzuzählen meine SP-Punkte. Oder gehen die hoch bis zu... eine Milliarde. Habe ich ihn jetzt eigentlich? 76k. Vielleicht gehen die ja nur bis 999.000. Aber pro Slot-Dreh verbrauche ich ja auch nur 10 Punkte, also... Boah, Trümmerstein. Wenn ich 70.000 habe, ja, dann kann ich ja 7.000 mal den Slot drehen, ne? So, das sind die Slums. Was ist falsch? Es ist einfach wirklich... ...verklebt. Also, du möchtest es nicht? Es ist einfach das Gegenteil. Ich bin gleich zu Hause. Hooray! Ich wusste, dass du das sagst, Zack. Ist das wirklich ein gutes Ding? Hei! Bring' ihn aus den Big Guns! Good luck! Danke! Kommt schon sehr oft. Ja, dieses ganze Zeug. Kommt schon sehr oft. Eine Schatztraue habe ich erst. Also, ich habe schon mehr... Na, warte. Ich höre ihn. Tüttelstein, acht Stück. The road to becoming first is not easy. Strength is not the only requirement. Yeah, I know. But still, I want to make first. Listen to me, Zack. If you want to be first, I'll embrace my dreams and honor. And my dream is to become a hero. Alright. You have my support. Brace yourself. Prove your honor to be. I got it. Oh yeah. Complete result. Sprung, Level 3, nice. Schuttstein, acht Stück. Activating combat mode. Anastasia. Ah. Ah. Ah! 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 Bringing out the big guns. You can do it, Zack. Ah. Oh, Lee. Den Rucksack erhalten, sehr schön. Jetzt kann ich bis zu vier Accessoires tragen. So, was packen wir denn hier noch so schönes rein? Stummschutz habe ich ja schon. Benommensschutz wäre noch vielleicht was. Oder hier Schutz vor Stopp. Erhöht MP, wird Wille, halbiert Schaden durch Feuereis und Blitz. Auch nicht verkehrt. Nehme ich mal das Drachenarmband rein. Ich glaube das ist okay. Stella. Ah, ist richtig gut geworden, mein Limiting. Jetzt kann ich speichern. So, erstmal genug Missionen gemacht, machen wir weiter hier. Ich mach ja immer so ein bisschen Missionen, bisschen Story. Immer so am Abwechseln. Hey! Oh, hey Bruno. Herr, bist du zuerst? Es ist eine gute Sache, dass ich dich getroffen habe. Hier, ich wollte dir dieses Material geben, bevor du gehen kannst. Ich versuche, dass ich nie wieder stehle. Deswegen will ich das für mich. Verstehen! Ja. Ja. Ich bin froh, ich bin ein guter Rollmodel. Herr, nicht so benutzen diese Materialien um zu tun. Natürlich nicht. Na ja, keine Ahnung. Es war noch eine Sache, ich wollte sagen. Herr, du und Erich sind gut zusammen. Ich denke. Wo, wo das kommt? zwischen dir und mir? Ich bin ziemlich sicher, Eris ist wirklich süß auf dich, Herr. Na ja, ich bin für dich. Okay? Wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir. Okay? See ya! Beziehungsfragen. Der Sichi. Hm. Hm. Es sieht aus, dass ich viel Vertrauen bekommen habe. Na ja. Ich behalte dann auf diese Materialien. Das Gebäude! Genesis! Du Traitor! Warum machst du das? Was? Intensive Emotion. Für Eris. So. Ausrüstung. Regina würde ich gerne erstmal wegnehmen, aber wir sortieren das mal vorher hier drauf. Wir nehmen den jetzt erstmal weg und packen dafür Stehen rein. Oh ne. Wird es gegen mir halt bisher noch gar nichts bekommen. Obwohl ich sie recht häufig benutzt hatte. Aber... Spiel sagt. Nope. Puh. Was nehmen wir denn da so schön mit? Der in garantierter kritischer Treffer ist. Können wir mal... BP Boost Plus nehmen? Sprint. Ich höre mit RB im Austausch gegen FP einen Sprint aus, statt zu blocken. Dann nehme ich Magie Boost Plus. Dann nehme ich Magie Boost Plus. Die schon wieder. Ja. Warte ich jetzt bei jedem Gegner das mal? Warte ich jetzt bei jedem Gegner das mal? Was ist das beim Eingriff? Oh ja. Gotta run! And now we've got Max! Ich muss rangehen, deswegen. So, null. 3.000 SPL, nehme ich doch gerne. 3.000 SPL, kommen Sie zu holen! Ich werde euch alle! Aktivieren den Kampf! Wir haben ihn! Later, sehen Sie ihn! Konflikt geschlossen! Oh, okay. Endlich, etwas Frieden. Aber sie haben viel Zeit. Wir müssen schnell. Ja! Ich denke, das Leben ist einfach nicht so einfach. Ja, ja! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Das Klinge! Das Klinge! Ja! Keine Ahnung! Ein Problem! Aktivieren den Kampf! Ja! Mensch Junge! Gift im Puls gestohlen! Gift im Puls! Gift im Puls! Ja! Gut. 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 Okay, ich kann mich nicht mal umgucken auf der Straße so wirklich. Das sieht einfach so krass nach dem Remake aus, ich weiß auch nicht. Manchmal fühle ich mich, als ob mein Geist ist in Fog. Aber Zack, egal was passiert, muss ich meine Honour schützen. Als lange ich den Buster-Sword behalte. Zack, join in meinem Kampf. Mein Kampf ist alles, was schützt. Okay, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Aber dass der eine Flüge so kraftvoll ist, dass er beide tragen kann. Welchen denn? Was ist denn da für ihr gemacht? Was ist denn da für ihr gemacht? Was ist denn da für Hohjo? Was ist denn da für Hohjo? Dann gehst du die höheren Level. Ich gehe nach draußen. Zack, geh hoch. Ich lasse Hohjo bei dir. Du hast es! Was ist denn da für Angeal? Was ist denn da für Angeal? Jetzt habe ich keine Ahnung. Aber wir kämpfen zusammen. Das ist gut genug für jetzt. Okay, das Wissenschafts-Departement ist... Hier. Oh, ich weiß wo wir sind. In den ganzen Gefängnis-Dingern. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, ja! Ich gehe mal rein und schaue. Ich gehe mal rein und schaue. Oh, ja! Ich gehe mal rein und schaue. Erschlossen, erschlossen, erschlossen. Alles zu? Oh, schade. Noch Recycling, gerade selbst Recycling gemacht, aus Versehen im Kampf zu nahe im Radius war. Hast du dich selber recycelt? Ah, mit dieser Recyclingbombe, ja. Nice, das habe ich noch nicht geschafft. Nice. Hier ist doch Genova drin. Schade, dass man nicht reingucken darf. Ein Megatrank. Ja, und das ist ein Erfolg. Das ist schon nice. Also ich finde es witzig. Ich meine für Achievement Hunter, die müssen das so oder so machen. Der mich noch kennt, was meint ihr? Gut, du bist sicher. Kannst du bitte quieten sein? Hey, das Gebäude ist unter Attacken von Genesis. Sein Ziel ist es dir, Professor. Und so, du bist meine Protektion? Insofern, kannst du mit mir kommen, bitte? Hehehehe. Degratungsmonster sind nichts zu schäuern. Du bist mit dem Genesis? Insofern bin ich. Ich bin. Ein Memento aus der Vergangenheit. Wenn man könnte man eine unklassierte Forme nichtklasse. Eine unklassierte Forme nichtklasse. Unklassierte Forme nichtklasse? Die Celestellische Kalamität. Genova. Uh... Du musst es nicht wissen. Der Soldaten ist nicht zu denken. Nur folge deine Orte und mich zu schützen. Ich meine, der Achievement könnte ja auch heißen... Das kann jedem mal passieren. Kann ja auch aus Versehen passiert sein, ne? Wow. Sieht sehr kompliziert. Einen Knopf drücken. Was ist das Geräusch? Was ist das Geräusch? Was hast du gerade gemacht? Was hast du gerade gemacht, warst die Test Sample-Monsters auf den Untergrund. Monsters? Too ferocious zu sein, zu sein. Ich habe sie zu entfernen. Ich habe sie zu entfernen. Ha, 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 ha. Suche Zeit. Ich versuche dich mit ihren Bezug. Was? Ich? Ich erzähle dir etwas interessant. Das Geräusch ist es. Das Geräusch auf 67. Das Geräusch ist auf 67. Die Geräusche, die du gerade ausgerüstert hast. haben wir eine Schlange für die Geräusche in die Geräusche. Die Geräusche in die Geräusche, die Geräusche in die Geräusche, werden sie mit einigen Geräusche verwendet haben. Wenn du interessiert hast, versuchte die Geräusche von den Geräusch. Aber, wie du die Geräusche von den Geräuschen hast, musst du dich selbst herausfinden. Honestly, ich finde das nicht sehr interessant. Selbst wenn du verletzt hast, gibt es keine Bedürfnisse. Nach drei Minuten, ein Geräusch von Tranquilizer wird eröffnet. Du hörst mich? Wenn du die Geräusche von den Geräuschen innerhalb von drei Minuten, werde ich nicht sagen, dass du für den Geräusche verantwortlich bist. Okay, so gut, aber Tranquilizer Gas, du sagst? Ist es auch Tranquilizer, ich? Du brauchst nicht, wenn du in drei Minuten fertig bist. Das wird ein guter Test zu sehen, ob du wirklich bist, Soldat. Hahahaha. Hahaha, nice. Also hat der Poltergeist doch alles genau richtig gemacht. Ne, also ich habe es leider nicht geschafft. Also, ich habe mich zwar ein paar Mal schon getroffen von der Granate, aber getötet hat mich die Granate nie. Hey, woher geht? Wo, 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 wo! Meine Eval und Soldiersprache sind auf der Seite. Komm zurück! Mann, sie sind überall auf dem Ort. Ich muss sie wegnehmen. schnell! Die Monster haben die Schlüssel zu den Zellen. Jetzt, wie kann ich sie wegnehmen? Jagt auf Hojos Monster. In den Verwahrungszellen befinden sich Gegenstände. Allerdings sind die Türen verschlossen. Die Monster tragen die Zellenschlüsse bei sich. Wenn ich nicht gelingt es dir, sie ihnen zu stehlen, kannst du dir die Gegenstände unter den Nagel reißen. Erledige sämtliche Versuchsmonster, ehe das Schlafgas freigesetzt wird und sammle die Gegenstände in den Zellen ein. Also nicht nur, dass ich die besiegen muss. Ich muss sie stehlen und dann auch noch die Items rausnehmen, ja. Hallo! Okay, im Kampf vergeht keine Zeit. Interessant. Wir sind jetzt hier hinten eigentlich langgerannt. Ah, hier ist noch einer. Okay. Okay, wenn die Zeit natürlich stoppt, ist es ja einfach. Dann ist es ja natürlich easy. Ich dachte, die Zeit geht im Kampf noch weiter. Von daher. Umsonst Sorgen gemacht, ne? Da bist du. Da bist du. Aktivieren den Kampf-Mode. Huch. Dammit. Komplett geschlossen. Oh, ja. So, zwei Schlüsse noch. No, zwei Löw. Tu, drei Clip. Ah. Gott, endlich mal zu glauben, hat der Weg geschlossen. Oh, ja. Ich halte schon noch einwachsen. Wenn ich einen Schlüssel bekomme, dann kann ich rein, oder? Ja, Schimmer. Okay. Hallo? Alle sechs Stück. die Ziele, bevor sie zurückkommen. Gut, es ist örtlich. Da waren wir noch mal drinnen. Also hier war Red 13 und wer wird drinnen? In der Mitte war... Cloud und Tiefe? Well, there can't be anything in here. Gut, es ist örtlich. Der Playsee, haben wir den erhalten? 23 Prozent. Ja, wie gesagt, es gibt ja nicht so viele, die jetzt so 100 Prozent immer spielen. Es gibt ja so richtige Achievement Hunters, die versuchen dann alle Achievements zu holen und so. Aber es ist ja halt auch nicht jeder. Ich mache das zum Beispiel auch nur bei bestimmten Spielen hole ich alle Achievements. Wo ich dann wirklich sage, ja, da habe ich richtig Bock drauf, die zu holen, weil das Spiel halt so ultra krass geil war, dass ich das unbedingt da möchte. Aber es gibt so viele andere Spiele, wo ich halt nur die Achievements habe, die man unterwegs halt nebenbei bekommt. Ob ich dann da mehr mache oder nicht, das ist völlig egal. Zumindest für mich dann was. Super. 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 10 Besichtigung Achievement Sofort ausprobieren What? Man what is this? It's so hot here. I'm gonna dry up. Where am I? Activating Cundid Mode You're joking Monsters now I'm gonna pass out if I fight in this heat. Wait, what? Dysmateria it's not mine, whose is it? Versuchsmateria, Testvorrichtung aktiviert, Versuchsmateria werden überprüft. Foto, Magieschwert, Vitra, TP-Turbo, MP-Turbo, FP-Turbo. Versuchsmateria ausgerüstet, Monster ausgesetzt, Nutzererkennung abgeschlossen. Secpair, Rang 1 Soldat. Bereitschaftsmodus, Beginn des Experiments. Beginn combat mode. Got him! Complete result. Oh yeah! What's happening? It's so hot. Water. I need water. So thirsty. And my eyes are blurry. What do I do? I can't take it. How do I get back? Wait. These guys again. Go away! What? Finally awake. I was just outside. You've been here the entire time. Flailing your sword wildly at the machine. I was able to gather some good samples. However, due to your roughhousing, a rather expensive machine was destroyed. I assumed you were familiar with virtual environments. Are you truly a soldier member? This was merely a test for a prototype materia. You will have to pay for the repairs. I will inform the proper department to garnish your salary. Don't worry. You'll pay it off in 10 years. Ha 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 ha. Ha 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 ha. 10 years? I was just promoted to first. Ja, geht mir genauso, geht mir genauso. Wie gesagt, ich habe auch nur ausgewählte Spiele auf 100%. Ja, sowas wie jetzt ein Fallout 4 oder so. Oder ein Skyrim. Aber andere Spiele, wie jetzt ein Prey oder so, habe ich jetzt zum Beispiel nicht gefunden. Makro Regenerator. Max 100 Prototyp. Automatische Abschaltung. Wird derzeit gewartet. Manuelle Abschaltung. Abschaltung. Fehlfunktion. Es wurde eine Fehlfunktion entdeckt. Die bedingt, dass die Anzeige für die manuelle Abschaltung während des Abschaltungsablaufs Countdowns verschwindet. Da gefährliche Energieschlüsse entstehen können, darf die Maschine auf keinen Fall betätigt werden. Den Schalter betätigen. Aber klar doch. Makro Regenerator. Aktiviere das Gerät, warte 5 Sekunden und schalte es dann wieder ab, um SP zu regenerieren. Wie viele SP du erhältst, hängt von Timing ab. Eine Fehlfunktion des Zählers führt leider dazu, dass sich der Bildschirm während des Countdowns abschaltet. Schaltest du das Gerät zu spät ab, gefährdet das überschüssige Makro deine Gesundheit. Drücke nach exakt 5 Sekunden A, um das Gerät gleichzeitig abzuschalten. Rechtzeitig. Fehler, Makro Überladung, Versuchspersonen oder Hildschaden, außer ich dachte ich hätte noch warten müssen, ja ok. Nochmal. Fehler, unzureichende Makro Ladung, Test abgebrochen. Fehler, unzureichende Makro Ladung, Test abgebrochen. 60% der Makro Ladung hergestellt, ESP, der Versuchspersonen werden regeneriert. 60%. 60%. 30%? 30%? 70%? Zu früh oder zu spät? 10%? Echt? Das ist aber weniger. In Eros gefunden, die ich mal so ein paar Tartgames spiele und das auspackte die rektuläre Zerreißprobe. 100% hast du in den Titeln. Bei Softpark oder was? Das war der zweite Teil. Zu schnell? Werden? Werden? Was? Werden? Werden? Werden. Werden? 4, 3, 2, 1, 0. Wieder nur 10%. Ach, leg mich doch mal an. Oh, nichts, ich glaube. Are you sure? There should be something interesting inside. Why don't you take another look? Seriously? Where is it? Professor, what? Hey. No need to worry. It's just a simple experiment. There's need to worry. Fine, then. Answer me this question. Question? Tell me. Who do you admire more right now? I end you, really. What do you think Shinra needs most? Right at this moment. Großes Heer, starker Soldatkämpfer, die neueste Forschung und Technologien. Which do you believe to be more fitting of soldier? Er zögert nicht, Shinra zu kritisieren. Hmm. Well. An average member at most. What's that? Just as requested, you will be physically enhanced. Gehe ich jetzt im fünften Accessoires, Slot? Sex, äh, sechs ESP sind um 500 Einheiten gestiegen. Oh. Zack fühlt sich Engiel etwas näher. I'm not feeling as much power as I expected. Alas, those are the limitations of yourselves. Or perhaps you want more at the expense of degradation. Like some second rate scientists test sample. Ich will mich rollen, aber... Muss ich da die 100 schaffen, damit das weg geht, oder? Ich will nicht so schwer sehen. Ich will nicht so schwer sehen. Ich will nicht so schwer tschenken.